Sech, wann spielst du? Ich hab dich doch nicht lange gesehen. Das steht schon seit gestern Abend. Seit gestern Abend steht ich. Ja, was meinst du denn jetzt auch, bis das durch ist? Guck mal, was ich hinten mache. Heute bin ich gekommen. Aber ich hab keinen Bock mehr hier zu bleiben. Ich hab echt keinen Bock mehr. Das soll mir die Scheiße ausfahren. Du kannst gerne. Du passt drauf raus. Ich lass es mir auszahlen. Das glaub ich dir. Hast du meinen Busen-Frenning schon mal wieder gesehen? Gestern. Vorgestern. Der Hannah, oder? Ja. Hallo. Die war alleine. Die fünf Kabel. Die war so überrascht. Vorher ist schon 2.000 Aufkappen. Und dann gibt der mir alles was bringt. Der Automat, der erzeugt, gesponnen hält. Die haben sich hinter mir versammelt. Da waren bestimmt 200 Leute hinter mir. Die ganze Halle war. Das denke ich mir. Bei dem Betrag. Nein. Das war ein schönes Bild.